Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Life is Strange Before the Storm Ja, und ich bin's, mein Gude, eure Sniperin LP So, wie wir gerade mitbekommen haben, wurden wir jetzt von dieser Schule verlassen Ja, Chloe, lass mich doch bitte mal reden, so, was haben wir denn hier? Oh, komm, der nimmt ihn mit Der muss nicht Love how every time someone tells me how much potential I have, it's right before saying how I'm wasting it all Chloe Price, Bewertung der Chemie, Laborversuch 7.1.6 Chloe, ich muss mehr einen Satz von dir sehen oder du fällst in meinem Kurs durch Die Qualitäten deiner Arbeit seit kurzem entsprechen nicht dem Potenzial, das ich in dir sehe Ich weiß, du kannst es besser Oh, manet Trusty keeper of my graffiti pens You've served me well I had big plans for adding to this collage Oh, well Having Justin as my locker neighbor was one of the few not shitty things about this place Ach, komm Wonder who will grace this space after me Und da schrei man doch glatt Und da schrei man doch glatt Ich weiß, was du bist du bist? Ich weiß, was du bist? Nicht so lange Es gibt guck nicht so Wir sind doch schon fast fertig Und erbohren Absolut Positively the best concert of 2008 Too bad it's time to go Mech Ach komm Weit mech Weit mech Da ist offen sich das kein Versteck Finally What I actually came here for Jackpot Wait What the hell Damn it Justin Chloe Hey Ich muss mir deinen Vorrat leihen Verzweifelzeiten Okay Ich verspreche Du kriegst es nächste Woche zurück Justin Ach Justin Na 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 Was ist das Klo? Er Bathroom Then i'm out Cool Okay, but try to make it fast, will you? Rightly to the walls, no care, no care in the world No care, no care in the world I don't care, I don't care anymore I don't care, I don't care Love you in a panic because I prefer to sit on fences Spit kissing on my sick bed I'm not searching for replacements But we look like broken instruments Twisted up and wheezing up the run No sleepless folks watching like roads Through the early morning windows I don't care, I don't care I don't care, I don't care Was das gut geht, wundert mich Life is strange before the storm Episode 2 Schöne neue Welt Ich glaube, die Graffitis sieht man auch in life Ist strange Ich glaube, die Natur Avaluewe parte Was das we scenejstern? Die S pantry Die 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 Sie Die 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 ... ... ... ... ... ... ... Oh god, no! ... 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 100 Punkte Dritten Wartingsclub bei 15.15 der Steuerpartei Blackwell Schulen Alle Schulen von Blackwell will kommen Klaro Am Arsch Hohe Alarmstufe aufgrund eines Waldbrandes in der Gegend Arcadia Bay auf hoher Feuersicherheitsstufe Kenne deine Rolle Erstens Reagiere auf ein Feueralarm unverzüglich und in geordneter Weise Zweitens Überprüfe die Notausgänge der Schule und zu Hause Drittens Verspreche das Notfallprotokoll mit deiner Eltern oder deiner Person Bezugsperson Hilf dabei Arcadia Bay sicher zu halten am Arsch Oh Elliot Oh Elliot Elliot und ich haben mit der Schule zusammengezogen, seitdem wir in Kindergarten Hey Elliot What brings Chloe Price to school on a Saturday morning? Nothing good I bet I was expelled Wait really? Holy shit I know I'm surprised it took this long too Do you want a hug? I'm surprised it took this long too Let's not make a big deal out of this Oh sorry Right Yeah Was Rachel Amber involved Yeah And let me guess Did she get off scot-free? Well Yeah But she tried to cover for me Uh huh Anyway What are you doing here? I figured I'd see the Tempest anyway I was going to text you Actually I got two tickets in case you changed your mind Oh Thanks I guess Yeah So you in? Might help you take your mind off things Yeah Yeah why not? Stop them Ohne mich Still a no Sorry Oh That's cool Maybe we can hang out instead? Nah I think I'll just chill at home I better go My mom is waiting to sick her attack mustache on me Her boyfriend Don't worry about it See you around Elliot Mm-hmm Yeah Later No I don't want to go to us I don't want to go to you Oh no Oh no Hello Hello At least I'll have plenty of free time to take up skateboarding again Hmm If I feel like it Taking pride in Blackwell athletics means taking pride in yourself Also the trustees and their enormous bank accounts Wells' car Crushing spirits must pay pretty well Unchained Three guesses whose bike this is and they all start with Miss Grant Damn I guess I will miss one thing about this place Ah and fold Hello Okay Bye Elitist Blackwell Bird So Das Treffen mit den Eltern sehen wir in einer anderen Folge Ich sage bis dahin Ciao Ciao